Morgen könnt ihr im Coop etwas gegen die Teuerung tun. Mehr als bei den Coop Aktionen können sie nur noch im Markenquiz rausholen. Heute z.B. müssten sie nur den Namen des pflegenden Beautyfluids rausholen, der von der Haut sofort aufgenommen wird und sie zart und jugendlich erhalten. Also, bis morgen im Coop!